Deshalb... Ah ja. Ah, jetzt ja. Ich hab den Regen angefangen. Schauen, wie lange. Boah. Du musst diesen Turm erreichen. Ich warte dann am Zollhaus auf dich. Ja. Du musst ja aufpassen, dass wir keinen Strafzettel kriegen. Ja gut, du musst ja aufpassen, dass wir keinen Strafzettel kriegen. Hm. Oh, toll. Hm. Hm. Wir haben auch Rotenwerterbahn nun. Äh, ja. Ja, bleib da, bleib da. Das ist mir ja gar nicht. Ja. Hi. Warte, 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 warte. Warte. Mann. Ich hab ihm gesagt, er höre Warten. Ich hab ihn. Mann. Gib ihm den Rest. Ja. Mann. Mann. die augen Das war leicht. Solange Strom und Internet mitmachen, ja, das wäre echt ärgerlich beim Stream. Wenn der Strom und Internet weg wäre. Ich hatte einmal kurz Stromausfall. Das war aber im ganzen Haus. Dass ich kurz Stromausfall hatte. Und einmal hat der Smartplug gesagt, nö, ich gehe jetzt ganz kurz aus und dann wieder an. Der Smartplug ist jetzt wieder an einer Stelle angeschlossen, wo er nicht so wichtig ist. Wo es nicht so schlimm ist, wenn da einfach mal, äh, gedings wird. Äh, Desert, danke für deinen Raid. Wieso habe ich keine, äh, äh, Alerts? Habt ihr ein Alert gehört, lieber Chat? Denn ich habe kein Alert gehört. Gehört nicht, aber gesehen. Wieso gab es kein Alert? Ein Alert hat keiner gehört. Hm. Dann hoffe ich einfach mal, dass es an Stream Elements liegt. Äh, 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 äh. Ach, Microsoft Flight Simulator. Ihr wart wieder über den Wolken. Und wir sind im Dschungel. Was hätte das? Sonst liegt hier halt einfach so rein. Hat einfach mal leise reingesneakt, ja. Find's aber nicht gut, dass ich keine Alerts hab. Ja, schwierig, ne? Weil ich das irgendwie gut auf seine Art und Weise. Find der Gedanke. Jamdon ist zwei Deppen. Möchte ich so jetzt nicht widersprechen. Ja. Oh ja. Shit. Hier. Nein, 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 nein. Ah, nee, von da kommen wir ja. Halt dich doch fest, Junge. Erinnert nicht ausgereicht, ja. Ach. Jamdon. Ich bin dafür lost. Ich bin lost für drei. Mindestens. Nathan. Das ist so ein Blödsinn. Also doch hier rüber. Ich weiß immer nie, ob der das schafft, den Sprung. Das sieht immer so weit aus. Ich weiß auch nicht. Da unten hocken die doch schon wieder. Das sehe ich doch. Ich habe ja auch gesagt, ich habe die doch ganz genau gesehen, dass die da hocken. Headshot. Nein. Jamnon. Verdammt. Der Desert fährt einen Zug im Microsoft Flight Simulator. Das weiß man doch. Irgendwie ist ja alles Luftgrad. Nein, 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 nein. Es gab Zeiten. Da habe ich gedacht, Uncharted wäre ein Adventure. Und kein Third-Person-Shooter. Ich werde gerade eines Besseren belehrt. Ich muss euch auch sagen, ich habe so leichte Enderal-Vibes. Wo du da irgendwie alle zwei Zentimeter einen Gegner hast. Ja, Ben, drum frage ich. Ach so. Also im Microsoft-Flugsimulator gibt es auch Züge. Weiß man ja. Leute, die keine Ahnung haben, kaufen sich dafür natürlich gleich den Train-Simulator. Was? Wo? Was? Oh? Oh! 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 Jetzt habe ich das weggeworfen. Unter dem Eiffelturm, okay. Ja, Aim des Todes. Wieso? Biss ein. Schieß da rein, haben wir es von der nackten Kanone? Okay. Das nehme ich einfach mal so hin. Ich sehe ihn! Ich sehe ihn. Oh, ich sehe ihn. Das ist dann. Oh, ist das? Okay. Okay. Na, so aber nicht. Kann ich das nochmal? Toll, ich muss das nicht mehr irgendwie anwenden oder so. Achso, das ist jetzt... Okay. Machen Sie doch nicht sowas. Ja, Drake. Der rechts oder links. Ach, komm schon, Nathan. So scheiße kannst du da nicht aufgekommen sein, dass du da stirbst. Ja, bitte. Ich mach dich alle. Vor allem, läufst du dir den Gang lang? Da ist er. Lukt er hervor? Hey. Ich treffe dich zusammen. Ja, ich hab dich grad zusammengetreten. Huch, nein. Na, das geht lost nicht. Was ist denn da los? Mal was gucken. Alles gut. Hat alles seine Richtigkeit. Tja. Wer spammt, wird bestraft. Oh mein Gott, bist du lost. Noch einer. Hä? Oh, ich starte wieder hier. Ich will meinen eigenen Command. 50k. 50k. Deshalb hat nie recht, Jamdon. Ich will mich da jetzt eigentlich... Oh, hattig. Boah. Jo. Jo. jetzt ja ein vorsprung nein kann man nicht ist so an sich nicht vorgesehen dass du das command anderer löschen kannst außerdem hat der sagt noch gar kein command bei mir ein eigenes ich gar nicht ein also mit so einem blödsinn fangen wir gar nicht erst an hier irgendwie mag ich sie nicht gewählen besetzte gold brosche leute hätten einfach versucht die tür auf zu machen helfen versucht sie aufzulatschen kann man mal machen nein da liegt was nicht würde ich vorkasse gehen damit er 100k braucht schnauze ja hat sie verdient hat sie verdient hat sie einfach nur verdient ich weiß nicht warum das spiel hier jetzt gerade sagt nö verloren hat sie verdient sehe ich nicht ein er soll jetzt 50.000 mal gegen die tür latschen oder wie stellen die sich das vor habe ich hier irgendwas was auch nicht das soll haus hat gespielt over hat sie Das müssen die Schiffsladungslisten sein. Sie sehen gut erhalten aus. Wow, du liest Spanisch aus dem 16. Jahrhundert? Doch nicht bloß ein Grabräuber, was? Da steht's. Goldstatue. Gewicht 20 Arrobas. Das sind mehr als 500 Pfund. Das muss sie sein. Wow. Sieh mal an. Das Ding sieht unheimlich aus. Ha, danach kommt nichts mehr. Von jemand Bestimmten? Was? Oh. Ja, das kann man wohl sagen. Hm. Ich dachte eher, du hättest in jedem Hafen eine Braut. Schön wär's. Nein, der ist von... Es ist Francis Drakes Ring. Ich hab ihn quasi geerbt. Sig? Parvis Magna? Großes aus kleinen Ursprüngen. Das war sein Motto. Schau aufs Datum. 29. Januar 1596. Ein Tag nach seinem angeblichen Tod. Und was sind das für Zahlen? Koordinaten. Vor der Küste von Panama. Ach, so hast du also den Sarg entdeckt. Ja, genau. Was Drake uns hinterlassen hat, ist ein Hinweis auf den Ort der Grabstätte. Ein Hinweis an jemand, der klug genug ist. Netter Versuch. Aber wir gehen schnurstracks zum Boot. Tja, ich fürchte mehr als das hier kriegen wir wohl nicht zu sehen von Eldorado.